tachchen ihr lieben herzlich willkommen oder für die normalen herzlich willkommen zu eurer botschaft die betrifft dich und einen gegenüber familiefreundschaft liebe betreffend kann alles möglich sein oder für kollegen wo es gekracht hat und wir starten jetzt ihr lieben verliert den verstand bitte nicht durch die karten sondern gewinnt an euren impulsen und privatlegung die letzten für dieses jahr hier bitte draufklicken hier werde ich immer zeitnah versuchen das video zu verlinken wenn es mir möglich ist muss er da so ein bisschen immer rumfummeln im dashboard hinten und ja ihr lieben wir starten alles bitte drin lassen in dem video wenn es nicht auf dich zu trifft das ist das ehrlichste was du machen kannst es kann auch nicht jeden tag passen und wir starten mit dir heute bist du mein nummer eins die karte die für dich raus springt das sende ich dir jetzt zu kann eine bedeutung mal gespielt haben oder das ist jetzt gerade dein ist zustand das sind die lover orakel du hast zwei botschaften die sind verdeckt und dein gegenüber die gegenüberliegende person wenn ich hier mehr von liebe rede weil die meisten zu 80 prozent wegen liebe einschalten dann dreht euch das so um dass es für familie passt oder für freundschaft dein gegenüber tut hier etwas schmerzlich weh mir kommt sofort rein bereuen aber auf eine andere art und weise und du fragst dich warum fühlst du dich so verloren zurückgelassen don't wait for me please du hast aber eine entscheidung getroffen du brauchst nicht mehr auf mich warten warte bitte nicht mehr auf mich ich denke ganz stark das sind so die gefühle die hochkommen dieses du hast jetzt oft genug erlebt dass du alleine gelassen wurdest dass für dich keiner eingesprungen ist du hast hier wahrscheinlich auch erwartet dass jemand dich aufhängt oder auch mal zu dir steht kann ja auch so eine situation sein wo du gehofft hast dass dein gegenüber dich aufhängt vor anderen oder für andere vor allen dingen für euch beide für dich und wir haben hier wie gesagt es schmerzt ja es tut sehr weh mit einem matsch dahinter ja es schmerzt sehr es schmerzt sehr ich habe mir vorgenommen meine perücke klatscht hier runter ich habe mir vorgenommen mit den symbolon einzusteigen ironie uhr fair ist keine perücke wir gehen it hurts so much da liegt man wirklich in verbindung zu dir erinnerung ach jemini da war was verhärtet ja wir haben hier jemand der versucht das schwert aus dem fels zu holen da sind verhärtete fronten einfach da die beiden nacken da ist hier die fühlen sich wohl hier geht es zurück in die erinnerung an die verbindung an erinnerungen zu dir für euch zu euch wir haben löwe krebs wir haben wieder steinbock die fronten sind verhärtet egal was man macht man kriegt es nicht raus ja die sind so verhärtet die fronten dass man das selbst weiß man trägt das selbst mit sich rum das heißt man hat hier wahrscheinlich auf der anderen seite überhaupt nicht damit abgeschlossen wie es vielleicht so scheint ist jetzt aber auch kein hurra der pumuckel ist wieder da sondern du hast ja auch eine gewisse art und weise gelitten für dich du sagst warte nicht mehr auf mich weil du wirklich die schnauze voll hast wahrscheinlich von vielen prozessen diese frage hätte in der verbindung von euch überhaupt nicht aufkommen müssen ja und ich glaube dieses gefühl von warum fühlst du dich so verloren bei jemandem dem du dein herz gegeben hast oder auch ausgeschüttet hast oder eine liebe empfunden hast das war ein spiel für dich war es nur noch eine art spiel du hast das gefühl man hat mit dir gespielt und wenn das heute eure legung ist dann dürft ihr natürlich ihr dürft auch so dranbleiben ja ich bin hier nicht die bestümmerin aber das ist erstmal die grund thematik du hast das gefühl man hat mit dir hier kräftig gespielt es könnte auch sein dass hier ein anderer mensch noch liegt in diesem umfeld eine art dreier konstellation die es mittlerweile geworden ist zwischendrin entstanden ist oder hier hat jemand auch verschwiegen dass man jemanden hat oder ihr wusstet davon dass man jemanden hat hier steckt man in alten mustern fest ja am liebsten würde man wirklich sagen ich möchte dieses schwert rausziehen aber diese kraft wie hat man sich so dermaßen übertrieben sinnlos eigentlich benommen dass man jetzt selbst mit diesen quärenden gedanken hier sitzt und nachdenkt ja wo bist du ungefähr so wo bist du mein sonnenlicht mal wieder ja wer hat hier um welchen preis gespielt er hat dafür bezahlt zu viel risiko deswegen sagst du mit dieser spielkarte stopp ja das ist die rote karte für dich warte einfach nicht mehr du hast mir genug angetan die tageskarten also wirklich die tageskarten welcher tag kommt heute das kann bedeutender tag sein in eurem leben ab der trennung seit der trennung während der verbundenheit im letzten jahr in diesem jahr wir haben den tag 321 da haben wir die liebenden auch wieder dabei wenn wir die quersumme haben bildet das genau die 6 diese verbundenheit zwischen euch die mal existierte und ich will meine rolle in gottes heils plan akzeptieren ja deine rolle der akzeptanz ist jetzt wirklich solange du das gefühl hast mit ihr bot oder wurde nur gespielt oder du wurdest hier gespielt gibt es keine chance warte nicht auf mich ja du hast hier dieses verlogene gefühl teilweise wirklich in einem art spiel du hast das spiel verloren ja du hast mich aufs spiel gesetzt du hast riskiert dass unsere beziehung verspielt wird wurde hier kann so viel drinstecken ja du hast zu hoch gesetzt und da kommt wieder deine würde zurück bei aller liebe und bei einem schmerz sagst du dir hier warte einfach nicht mehr auf mich ja bleib und hier hat man mit diesem schmerz zu tun ja nehmen wir mal die chido machetti karten das schöne tarot die zweite auflage ist es glaube ich von dem anderen aber das andere kann ich nicht mehr benutzen da sind die ecken alle schon so abgenudelt die sind hier von der materialität hä von der materialität von der qualität vom material sind die hier schöner bei mir gibt es bald die eigene sprache so da wollte man auch gleich hin hier hat man nichts mehr zu sagen hier hat man nichts mehr zu sagen ja ritter der schwerter also all das was man dir vielleicht mal an den kopf geworfen hat oder auch geschrieben hat hat hier keine bedeutung mehr ist wertlos das weiß auch dein gegenüber es schmerzt ja ich glaube man man ist auch etwas peinlich berührt dass man so einen abgang gemacht hat ja dass man hier wirklich weggeflitzt ist von dir und hat natürlich nicht die chance genommen alles was man dir gesagt hat oder auch entschieden hat oder wie man sich benommen hat man hat ja hier nicht dafür gesorgt dass man dieses bild von dir weg bekommt ja das heißt hier liegt jemand in einem zustand in der letzten szene zwischen euch wie du diesen menschen einfach siehst ja und das muss ein unschöner abgang gewesen sein weil hier sieht man sich einfach total überfordert vielleicht hat man ja auch worte gesprochen die man überhaupt nicht sprechen wollte vielleicht hat man sich wirklich so daneben benommen dass man selbst merkt das war so festgefahren die situation am liebsten würde ich dieses schwert diese erinnerung hier rausziehen weil es hier selbst jemandem weh tut und auch ich könnte mir sogar vorstellen wirklich peinlich berührt ist ja weil man ist ja mit dir in verbundenheit hier in erinnerung man merkt so selbst wahrscheinlich langsam was habe ich hier gemacht wie habe ich überhaupt den abgang vollzogen ja so völlig würr völlig nicht alters entsprechend mal wieder einfach nur egoistisch gehandelt ich muss weg ich lasse irgendwas da ich mache unkontrollierte dinge wie blockieren ignorieren jetzt ist die zeit dazwischen einfach auch schon zu lang um einfach wieder zurück zu kommen ich meine das willst du auch nicht in diesem fall um gottes willen ja aber hier drückt setzt gerade und damit hast du nichts zu tun das ist ja nicht dein problem hier drückt es gerade bei deinem gegenüber sehr stark durch hier tut was weh und das ist wirklich eine festgefahrene situation ja was hat man dir denn hier gesprochen oder was wollte man für sich behalten ich denke mal auf also irgendwie habe ich das gefühl hier sitzt jemand in einer beziehung in einer neuen oder wieder in seiner alten weil diese festgefahrene situation könnte wirklich sein man ist ja abhängig von anderen menschen wo man nicht einfach so loslassen kann ja aber man würde am liebsten aber es ist unmöglich dieser mensch hat es nicht geschafft sich zu befreien ja man ist hier den wahrheiten aus dem weg gegangen wir haben sieben der schwerter man ist wirklich abgehauen und hat dir nicht die komplette wahrheit übermittelt nicht die komplette wahrheit gesagt in verschwiegenheit verschwunden aber diese verschwiegenheit hätte auch wirklich ein sehr ekelhafter abgang sein können ja dass man wirklich geschwiegen hat und trotzdem nicht noch mit schuld oder einfach zurückgelassen hat ohne wenn und aber ja ohne etwas zu klären hier steht einfach das schwert noch zwischen euch im raum du weißt von einigen dingen nichts oder hattest sie zu diesem zeitpunkt nicht wissen können oder wirst es erst später erfahren oder dir ist es auch völlig egal aber dieser mensch hatte hier unwahrheiten mit dem abgang der hat seine unwahrheiten mitgenommen ja man hat dir nicht alles gesagt und vielleicht sind hier so prozesse wo du schon ernst um was es geht weil du es einfach gefühlt hast weil für dich gewisse dinge auch keinen sinn mehr ergeben haben um 100 prozent damit abschließen zu können du wusstest dass hier irgendwas in der luft liegt was man dir nicht erzählt war auch so ja und ich glaube das drückt eventuell sogar bei dem gegenüber dass man nicht komplett die wahrheit erzählt hat und sich so stark nach der verbindung zu dir sehnt oder auch erinnerungen gerade hochkommen naja wir hatten jetzt auch vollmond war ich glaube wir sind alle ein bisschen durchgeknallt durchgedreht zumindest hat man sehr sehr stark gemerkt was ist los ja aber es selbst wenn man wollte du willst nicht mehr ja du nur selbst wenn man wollte du sagst aber trotzdem nie bleibt mir fern bei aller liebe ich spiele das nicht mehr mit würde man gerne ja aktuell sind die gedanken so wenn es doch so einfach wäre ich habe mir selbst alles verbaut ja ich bin schon so eingerostet und eingefahren dass dieser mensch merkt und wach werden könnte warum habe ich mein leben nicht geändert ja warum stecke ich hier mit meinen problemen mit meinem alltag mit meinem unglück wieder fest in diesem stein drin ja was bist du auch so doof könnte man sagen ja hier hat man wirklich diesen prozess warum habe ich abgelehnt warum musste ich ablehnen das wisst ihr vielleicht auch man sitzt hier in so einer art reue ich würde es jetzt nicht beschwören aber von der karte her kommt mir heute der impuls reue rein man sitzt hier in der reue dass man sich wirklich um sehr viele andere gedanken einen kopf machen musste ja man hatte sehr viele probleme während man mit dir zusammen war und hatte wirklich den kopf nur für die unwichtigen sachen eigentlich die man hätte lösen können ja die man hätte lösen können wenn man für dich da gewesen wäre voll und ganz da gab es eine andere hälfte die auf der seite deines gegenübers mehr schäden gemacht hat als man selbst so wäre ja es gibt hier eine seite die mehr schaden deinem gegenüber zugefügt hat könnten menschen sein dieser mensch würde an sich nicht zu handeln wie wie nennt man das wenn man melancholisch wird wenn man so langsam hier merkt ich habe die falsche entscheidung gemacht wir haben zwei der schwerter entschuldigung ich und stebe und schwerter also sag mal man hat die falsche entscheidung gemacht mit zwei der stäbe man sitzt hier in der reue fest ich sag dir man sitzt hier in einem zustand der demut und reue und jetzt kommen wahrscheinlich die hätte wenn aber prozesse hätte ich doch mal losgelassen hier in der verbindung oder hätte ich nur mein feld geräumt für dich wenn ich mich anders benommen hätte hätte ich noch alles das wenn mein abgang vor allen dingen auch nicht so dreckig gewesen wäre dieser abgang ist für mich irgendwie das schlimmste aber auch gleichzeitig deine rettung um zu sagen du kannst bleiben wo der pfeffer wächst du hast genug mit mir gespielt da kann dein gegenüber oft genug sagen habe ich nicht es war kein spiel aber du hast es einfach so gefühlt ja und daran ist nichts zu drehen was gemerkt dass die festigkeit hier sehr stark gefehlt hat zu den worten die man dir gesagt hat oder präsentiert hat hat man sie nicht gehalten entscheidung neun der schwerter ja das könnte wirklich was gerade mit dem vollmond zu tun gehabt haben ja dass hier sehr stark die gedanken hochgekommen sind gerade abends wieder nachts hier hier ich sag dir mal was hier wird es nicht rund laufen auf der seite hier wird es nicht schön sein gerade aktuell ob man nun alleine ist oder verbunden mit menschen hier wird irgendwas nicht laufen was zur zufriedenheit beigetragen hat wo sich dein gegenüber sonst noch ablenken und halten konnte ja das war immer noch so dieses höchste pflaster es muss irgendwas gegeben haben wo du wusstest das ist deinem gegenüber total wichtig und das muss man halten und das glaube ich ist genauso weggekracht hier ja oder macht gerade schwierigkeiten ist nicht mehr so einzuschätzen dass das gerade läuft man sucht den halt momentan mental durch die erinnerung durch die emotionale verbindung zu dir weil auch mit der krebs energie und der löwen energie dieses bäumchen spiel hier man sucht nach festigung ja man sucht nach diesem vertrauen was du wahrscheinlich sehr stark geben konntest diese verankerung man denkt einfach an dich es kommt hier alles hoch wir gucken mal aktuell was los sein könnte könnte ja ihr lieben wir werden gleich noch mal bei dir genau reingucken dann kannst du noch mal ein bisschen besser gucken ob es wirklich deine energie ist du erkennst dich ja am besten selbst aber wir gucken mal was hier gerade aktuell dafür sorgen könnte warum man hier so eine schwere hat was hier so gerade kippt königin der schwerter entweder hat hier jemand rausgefunden entdeckt hier sind diskussionen vorhanden auf der seite und ja was mit dir zu tun weil das ist eine seht ihr das überhaupt das ist eine verbindungskarte die liegt wieder schön parallel die verbindet euch in diesem prozess diese sache hat was mit dir zu tun du kriegst es natürlich nicht mit oder hast sogar mitbekommen hier diskutiert man oder hat man einen menschen der über dich gesprochen hat der bescheid weiß es ist was rausgekommen wie auch immer man hat es vielleicht auch gestanden manchmal sind die zeiten ja dafür da dass irgendwas hochkommt und geklärt wird wovon du gar nichts mitbekommst ja du bist hier der hauptpunkt warum hier über dich gesprochen wird und da hängt der segen gerade schief ja das waren knallharte aussprachen hier gibt es auch nichts wo man sagen könnte die wahrheit wurde hier irgendwie verdreht man ist unehrlich von dir gegangen ja man ist wahrscheinlich auch unehrlich hier in diesem feld gewesen mit seinen aussagen oder hat auch eben überhaupt nichts gesagt und geschwiegen aber das ist ja aufgeploppt so hups sie haben eine nachricht schon voll alt sie haben post davor kann man nicht mehr wegrennen hier ist etwas hochgegangen hier ist etwas im anmarsch ich sag's mal so wir haben ja energien es liegt ja hier es könnte noch so dazu kommen oder es ist schon passiert dass hier etwas hochkommt offenbart wird dass jemand hier bei deinem gegenüber anfängt zu reden weil man sich traut weil man die vermutung schon länger hatte hier spricht etwas hier wird eine diskussion stattfinden oder hat schon stattgefunden die mit dir und diesem menschen zu tun hat hier fing jemand an zu sprechen oder hat irgendwas gefunden das ist ja spannend ist ja lustig also nicht lustig aber wir tun ja dann auch immer die anderen beteiligten leid da muss man leider durch ja aber man hat ja auch manchmal beteiligte die völlig bescheuert sind auf die ihr dann böse seid und ja da ist dann mein mitleid nicht angebracht aber ich meine letzten endes ist es ja oft so dass ein mensch mehrere menschen verarscht ihr leidet dann leiden da noch andere oder familien weil man hier nicht ehrlich war und sein bums verhalten vielleicht nicht unter kontrolle hatte oder sein flirt verhalten je nachdem ja ihr seid immer die leidtragenden und derjenige der es vielleicht alles verheimlicht hat wie es wirklich in der welt aussieht kommt damit offenbar sehr oft durch aber viele glauben immer dass das für immer nie aufgedeckt wird ja doch also dieser prozess liegt hier offen klar das was man nicht gesagt hat in der unehrlichkeit mit sieben der schwerter und dieses man ist gegangen als ritter der schwerter wird hier offenbart mit der königin der schwerter das wird freigelegt das wird offenbart ja also das ist eine ganz runde klare sache für mich man ist so gegangen mit sachen die du nicht wusstest man ist vielleicht zu dir gekommen mit sachen die leute an der seite deines gegenübers nie wussten oder erahnen konnten aber die bombe oder die ganzen unwahrheiten oder die heimlich tour rein sind hier offenbart worden oder werden demnächst in kürze hoch kommen ja die wahrheit wird hier offenbart und die kann man auch nicht mehr verstecken schön dass ihr die verbindung hier habt zehn der kälte das heißt auch dein gegenüber kommt so langsam ich muss aufpassen was ich allgemein raus sende in die energie mit dir war es am schönsten mit dir konnte man abschalten da wirst du jetzt sagen das ist ja schön dass du jetzt verstehst eigentlich war der sinn und zweck einer beziehung oder eine annäherung dass du es sofort merkst aber nicht erst später du bist immer noch auf dem stand bleibt wo du bist ja du brauchst nicht mehr auf mich warten du hast etwas verstanden du merkst immer mehr wie du rauskommst und du willst der spiel bei hier nicht mehr sein ja du willst du nicht mehr auf risiko stehen und warten aber jetzt kommt das hoch die harmonie wurde zerkloppt hier in diesem feld mit 10 der kälte durch diese ansprache die noch passieren wird oder gerade abläuft und wir haben hier ich sagte ganz ehrlich es soll keine voraussagung werden für den kreis wo sich dein gegenüber hier befindet aber es sieht schlecht aus dass man das noch mal kippen kann ja das heißt hier ist momentan wirklich der wurm drin deswegen passt vielleicht auch das schwert in diesem feld ganz gut rein hier ist momentan der wurm drin dass man mit dem ritter der münzen nicht mehr die kurve kriegen wird ja hier kommen sachen hoch die man sich selbst und auch menschen in diesem feld nicht verzeihen können hier wird sehr sehr schwierig sehr sehr langsam eine sehr sehr langsame zeit sehr schwierig sehr klebend es ist nicht einfach so zu lösen dass man hier vorwärts kommt wenn die ich sag mal nicht mehr bombe platz sondern wenn hier sachen offenbart werden ja man wird merken oh das wie so eine bremse man läuft wirklich sein leben und man kriegt wirklich so einen ball an die birne man ist gebremst man kann hier aktuell oder kommend diesen prozess sein leben wie bisher wird nicht mehr in diese richtung gehen ja es geht nicht mehr vorwärts also sowas ja es geht hier nicht mehr vorwärts man kann sich selbst nicht mehr tragen und auch die situation wird hier schon fast ausufern bei diese hier hier werden alle wahrheiten auf den tisch kommen vielleicht auch nachrichten die ihr euch mal geschickt habt vielleicht wusstet ihr auch gar nicht dass jemand dran hängt kann ja auch sein wie auch immer hier kommt irgendwas hoch ja das wird auf den tisch gepackt und das sorgt eben nicht mehr für die harmonie die mal hier angeblich existierte oder auch nie da war deswegen weiß man ja auch was du die ganze zeit gegeben hast ja hier ist es völlig verfahren ich mache noch einmal was auf den tisch kommt oder damit ihr das auch einschätzen könnt ja was kommt auf den tisch nachdenken der gehängte hier wird man sich klar werden und bewusst werden wohin das ganze oder was das für ausmaße genommen hat ja man kann dazu überhaupt nichts mehr sagen ich glaube die antworten die werden hier nicht gerade berauschend sein man wird schachmatt gelegt man wird dazu nichts sagen können man wird wirklich schwindelig geredet man kann sich dazu gar nicht mehr äußern es ist ein mentaler prozess in dem man hier wirklich drin hängt drin steckt und versucht überhaupt noch antworten zu finden für das ganze was hier entstanden ist und hoch geht man ist machtlos ja man kann nicht mal ordentlich hier ein gespräch führen irgendwas aufklären es ist wie so ich gebe mich auf ich muss jetzt anders denken das ist hier irgendwie das ist nicht mehr zu halten ja ich habe das gefühl man kann es hier nicht mehr halten man wird sich hier gedanken machen über sich selbst über die ganze aufgeploppte situation warum hier etwas so gekommen ist wird deinem gegenüber wahrscheinlich immer mehr bewusst werden dass es ja irgendeinen grund haben muss warum man mit dir sehr lange oder ja sehr lange zusammen war was aufgebaut hatte mit dir kontakt hatte wie auch immer hier wird einem bewusst das muss ja gründe haben ja und man hängt hier wirklich förmlich in der luft macht sich gedanken hier fängt man endlich mal an diesen kopf zu benutzen mit dem man ja einfach von dir weggeflitzt ist mit den unwahrheiten oder eben mit dem ich stehe nicht dazu ich will einfach nur weg aber das das tut weh ja man muss sich hier fast offenbaren und seinen schmerzen stellen weil die karte hatten wir ja es tut einfach zu sehr weh was man hier gemacht hat seit diesem auseinander ritt war jetzt hier der ritter der schwerter war hat man hier probleme am laufenden bande man konnte das nicht halten ja hier war irgendwas geheim man konnte das nicht halten es wird hochgehen oder wie gesagt ist schon oben jetzt äh muss man wissen wo geht es hin für diesen menschen ja was hat er hier überhaupt vor man weiß dass das hier keine liebe ist wo man drin ist und deswegen wart ihr wahrscheinlich auch mal eine weile zusammen oder man ist von dir gegangen hat sich eine andere beziehung genommen und merkt jetzt gerade mit diesem gehängten wir haben hier eine zwillingsenergie die liebenden man kriegt auch hier keine ruhe rein ja man merkt das ist hier keine liebe wo man drin ist aufgrund dessen habt ihr euch vielleicht getroffen oder aufgrund dessen merkt man warum man eigentlich von dir geflüchtet ist ja das hat nichts mit einer liebeskonstellation hier zu tun man ist wirklich wenn zu einem neuen partner geflüchtet wenn ihr die liebe wart dann wird man sich bewusst werden das wo man hingeritten ist ja wo man sich woanders vergnügt hat oder wo man dachte die welt ist schöner kam man bisher überhaupt nicht zur ruhe so wie du es vielleicht gedacht hast man hat sich hier überhaupt nicht wohl gefühlt wie gesagt die harmonie war gestört und hier ist irgendwas am kochen am hochkochen definitiv das fällt ist nicht mit liebe bestückt ja dafür hast du wahrscheinlich gesorgt ja ansonsten werden hier die karten irgendwie anders du fühlst dich einfach verloren verloren verlassen alleine bespielt wird auch nicht nur einmalig der prozess gewesen sein dass dir bestimmt wirklich sehr lange auch die sachen angeguckt nehme ich an dafür schaltet ihr auch immer ein wenn ihr wirklich sehr stark gelitten habt und auf die liebe bewusst ja hier ist gar keine veränderung eingetroffen da hat man sich hier irgendwas eingebildet als man geflüchtet ist oder sich jemand anderes genommen hat oder in einer alten situation versteckt hier in diesem bereich findet keine liebe statt dafür warst du wahrscheinlich zuständig diesem menschen wird bewusst warum lügt man denn mit sieben der schwerter und warum verschwindet man denn mit ritter der schwerter weil man hier nicht liebt man liebt hier einfach nicht in diesem Feld und das merkt man hier kommt eine wirklich ernst gemeinte Frage hoch bei deinem Gegenüber gerade mit diesem gehängten inklusive wenn ich nichts ändere wird nichts passieren hier ist die Liebe tot hier ist der Prozess auch nicht zu halten die nächsten Schritte sind dein Gegenüber wird sich mit dieser Frage befassen es wird keine Liebe mehr entstehen hier wo man ist wo man hingegangen ist oder wo man drin hängt hier wird es auch wenn man es dachte es wird nichts aufgefrischt im Gegenteil man wehrt sich die ganze Zeit gegen die Veränderung seines Lebens statt raus zu gehen und dazu zu stehen werden jetzt hier alle Lügen offenbart und dann ist es sowieso zu spät dann ist der Anfang gemacht es wird einem hier bewusst werden ich kann hier in dieser Verbindung oder Beziehung nicht transformieren es passiert nichts es ist keine Liebe man wird hier wach ja die Tatsachen werden auf den Tisch gepackt durch diese Diskussion durch diese Diskussion ja warum liebst du mich nicht durch diese Diskussion hier sagt und meldet sich jemand warum liebst du mich nicht warum hast du mich verarscht wo kommen die Texte her wo kommen weiß ich nicht vielleicht sind hier noch einige auf dem Trip mit Einzelnachweisen keine Ahnung Frauen sind manchmal schlau Männer genauso ja je nachdem manchmal fühlt man hier oder will sich einfach nur vergewissern wenn man hier jemanden hatte der schon öfter unehrlich ist dann hat man hier vielleicht selbst irgendwie versucht an Sachen ranzukommen die einem selbst komisch vorkamen oder wo man merkt mein Gott warum trägt man noch Fotos im Handy von dir zum Beispiel also es kann völlig verwirrend sein hier gibt es einfach einen Punkt wo sich jemand aufregt und gemerkt hat und wirklich die Bombe platzen lässt so eine Art Gespräch offenlegt sag mir was los ist warum ist das so hier ist wirklich nur noch herrschende fetzende Energie weil hier jemand diesen Menschen den du kennst mitteilt wie benimmst du dich eigentlich dich kann man nicht lieben das sind Aktionen die nicht zur Liebe gehören auch hier wird jemand mit starken Worten um sich schlagen das nennt man nicht Liebe was du abziehst oder wie du mich selbst verarscht hast hier liegt ein Mensch der hat eigentlich wenn man es so sagt wirklich mehrere Menschen verarscht sich so fein dargestellt dass man mit Ritter der Schwerter keine Antworten gibt man hat keine Antworten gefunden ja und dieser Zeitraum war oder scheint ziemlich lange zu sein vielleicht hatte man auch schon die Verbindung während euch hier geführt ja aber hier kommt einfach ans Licht sprich oder wird noch demnächst passieren hier wird alles zusammenbrechen und deswegen wird man auch so wehleidig da sein und merkt oh eigentlich habe ich alles verloren dich dass man hier drin hängt war wahrscheinlich auch irrsinnig hoch 10 und jetzt wird man sich damit beschäftigen ich bin verwirrt ja mit Verwirrung hier wird dein Gegenüber sich fragen was passiert hier hier läuft ja alles scheiße ja alles tut weh alles ist ungerecht alles ist unfair und eventuell bist du der Klatschende der da sitzt und das irgendwie mitbekommt durch Dritte oder auch zugucken kann hier wird etwas hochgehen ja also das was man hier heimlich weggetragen hat von dir oder andersrum ja wird hochgehen wird nicht verdeckt bleiben und du hast für dich sehr gut erkannt darum kümmern wir uns jetzt bitte warte nicht mehr auf mich ich fühle mich eh verloren verlassen alleine das Gefühl ist nicht erst seit neuesten spiel dein Spiel woanders aber ich werde nicht mehr unter dieser Nussschale sitzen und warten dafür bist du dir zu viel wert ja dein Einsatz ist nicht das wert was du hier durchgemacht hast dafür hast du wahrscheinlich nicht mal irgendwie einen Trostpreis bekommen sondern wirklich nur Nieten die ganze Zeit kassiert ihr kennt ja meinen Spruch mittlerweile wer den Jackpot nicht will und das ist deine Ansprache muss sich mit Nieten zufrieden geben und das hast du hier erkannt ja für dich selbst komm ja nicht nochmal zurück wer den Jackpot nicht will du hast oft Zeit gehabt oder genug Zeit gehabt das zu erkennen du hast genug Spielrunden gehabt genug Chancen der muss sich einfach mit den Nieten vergnügen du sagst dir selbst mit König der Schwerter du hältst sogar wirklich durch und sagst wag es nicht mal in meine Richtung zu kommen denk nicht mal daran dass ich mich nochmal melde bei dir das ist wirklich so dieses Schlusswort du hast es dir verspielt du hast dich für Nieten entschieden der Jackpot läuft weiter der muss sich neue Preise besorgen ja so ungefähr du bist hier schön wach geworden vielleicht hast du auch auf den Tag gewartet ob es möglich wäre dass irgendwas hier hoch geht ja wir gucken mal wo es für dich hingeht wir haben hier acht der Stäbe ja du hast ziemlich lange drauf gewartet ja du bist auch körperlich muss ich dir sagen total Matsch das hat ganz schön geschlaucht ja diese ganze Bindung Beziehung dieses Theater dieses Nachdenken hat ganz schön geschlaucht deine Energie ist einfach auf dem Nullpunkt ja das war zu lange das hat sich zu doll ausgedehnt bei acht der Stäbe ist ja ohne Power ja das Ding geht ja rückwärts und kommt wieder vor und zurück das hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit gedreht mit Power dann wieder abgenommen und nichts ist passiert dieser ganze Prozess hat dir einfach komplett die Energie geraubt ja und dagegen wärst du dich jetzt du hast lange genug gewartet du hast wahrscheinlich wirklich lange eine Chance gegeben aber jetzt ist so der Punkt ich kann nicht mehr ja das sagst du hier selber die Wartezeit die du hier gehabt hast oder die du auch zugelassen hast du kannst einfach nicht mehr du kannst dich nicht mal mehr halten du merkst dieser dieser Höhepunkt ist einfach erreicht wo du es nicht mehr einsiehst für jemand zu leiden der das ganze Spiel ins Rollen gebracht hat ja der dir das Spiel eigentlich das Spiel des Lebens kaputt gemacht hat und du bist in den Spielrunden zerbrochen ja du hast dein Ziel nicht mehr sehen können dir hat man hier gesagt wir gehen bald über los so ungefähr Monopoly aber du bist hier nicht mehr rüber gekommen und du sagst wirklich zu dir selbst bei aller Liebe ich warte nicht mehr warte du auch nicht mehr auf mich die Zeit ist abgelaufen ach der Stäbe verkehrt rum ich kann nicht mehr du sagst freiwillig stopp ja ich möchte das Spiel nicht mehr spielen wir haben Page der Kälte du holst dich langsam wieder raus du freundest dich auch hier mittlerweile immer mehr mit anderen emotionalen Verbindungen an suchst vielleicht auch Kontakte vielleicht klappt es vielleicht noch nicht aber du bist daran interessiert dich wieder mit anderen Menschen zu verbinden ja und merkst auch dass es teilweise klappt an einigen Tagen besser an den anderen Tagen schlechter aber kleine Energien kommen hier durch wo du wieder so ein bisschen deine positive Art bespielen kannst und das auch für dich mitnimmst ja und hältst auf gar keinen Fall lässt du hier diesen Menschen wieder ran du baust dir wirklich so diese ganze Stabenergie hat man hier gebraucht die Leidenschaft von dir genommen du warst wahrscheinlich wirklich wieder jemand der diesen Akku gegeben hat ich fülle dich auf genieße bei mir aber dein Genuss wurde genommen dich hat man ich will nicht sagen benutzt der hört sich ein bisschen böse an aber du fühlst dich ja so weil du I feel so lost tja man hat sich bei dir wieder etwas geholt oder merkt bei dir war das am am schönsten am tollsten die Leidenschaft ja das Lebensgefühl die Lebenslinie die Lebensverbindung hoch 10 Leidenschaft pur aber du machst sogar hier stopp ja so schnell schafft es keiner mehr bei dir rein und schon gar nicht derjenige hier dir reicht's ja du konzentrierst dich wirklich auf die kleineren schöneren Energien von denen du wirklich was hast die sind für dich wahrscheinlich ehrlicher als so König der Kate tada ja und das bemängelt man ja hier gerade oder komment auch da wird einem ja wirklich bewusst werden was man hier für einen Lügner oder für einen verlogenen Menschen an der Seite hatte vielleicht wusste man auch von euch und merkt irgendwas ist hier nicht abgeschlossen weil dieser Mensch rutscht ja wirklich in deine Linie rein dieser Mensch denkt an dich sehr vermehrt sehr stark sehr oft und ja Page der Schwerter haben wir kommen wir nicht mehr mit doofen Gesprächen zurück kennst du schon zu Genüge du wärst dich wirklich gegen diese Energie kommen wir nicht mal mit irgendwelchen Sachen die man nicht verstehen kann ich hab's noch nie verstanden ich rede jetzt für dich ja ich hab's noch nie verstanden was du mir jedes Mal für Ausreden mitgebracht hast bleib einfach von mir die Zeit des Jackpots ist vorbei vielleicht hast du ja auch verstanden dass es wirklich eine Art von Nietensprache ist so wenig wie möglich so taktisch wie möglich vielleicht hast du ja wirklich verstanden dir ist wichtiger auf Emotionen zu gehen weiterhin aber in kleineren Schritten mit sozialen Kontakten oder anderen Verknüpfungen aber das hier bleibt von mir ja bleib einfach von mir das Spiel Spiel woanders es ist vorbei du machst dir wirklich dein Spielbrett zu zumindest für diese Person ich stelle mal eine Sache noch gegen du hast die Welt auf gar keinen Fall gibt es hier eine neue Chance du machst zu du machst wirklich die Klappe zu es gibt hier keine Chance mehr für diesen Menschen für die Verbindung und oh da ist es wieder also hier süchtet oder suchtet jemand nach deiner Leidenschaft man wird es wahrscheinlich probieren oder würde gerne probieren wieder die Stab Energie abzuholen die du gegeben hast aber du machst ganz deutlich klar auch energetisch hier bleibt es zu indem du nichts mehr von dir gibst indem du dich nicht mehr zurück meldest indem du diesen Menschen nicht mehr das Gefühl gibst du bist verfügbar für die Stab Energie für das was du gegeben hast du hast du hast du hier gesagt nein bekommst du nicht mehr es ist vorbei die Tür ist zu für dich ist der Kreis geschlossen der Zyklus beendet egal was du möchtest egal wie schnell oder schwer es ist diesen Menschen zu widerstehen du hast es gelernt die Tür zu schließen und die Richtung zu drehen dieses Spiel geht nicht mehr in die richtige Richtung du spielst das Spiel zurück die ganze Zeit die du vorgelaufen bist auf diesem Spielbrett spielst du in deiner Version zurück bis du wieder am Anfangspunkt stehst und da hast du die Stärke immer näher zu sagen stopp da haben wir angefangen und da hört es auch für uns auf als ob du hier einen Rückgang machst du spielst das Spiel zurück das ist natürlich oft Zeit in der du heilst in dem Moment läufst du alles wieder zurück bis du wirklich an diesem Punkt bist wo ihr angefangen habt wo du wirklich sagen kannst meine Spielregeln sind anders deswegen spiele ich das Spiel nicht mit auf Wiedersehen ja und da muss man gucken wo man bleibt und das wird hier gerade drücken weil dieser Mensch wird wahrscheinlich so viel Schiss kriegen dass man jetzt merkt oh Gott wo kann ich hin wer fängt mich auf die allererste Adresse die allererste Adresse bist du es muss sich schon so Prozesse gegeben haben wo du immer da warst wo du diesen Menschen aufgefangen hast wo man wusste man kann einfach mal bei dir vorbeikommen dich anrufen egal ob du arbeitest oder egal ob du irgendwo gerade unterwegs bist ich ruf einfach mal durch ich brauche dich gerade bin ich wichtig sagst du wenigstens die Wahrheit so ungefähr und die allererste Station wärst du aber man merkt das Ding ist verfahren weil alles was aus dem Mund raus kam alle Gedanken die man hier hatte alle die mit dem Schwert zu tun hatten diese mentale Kommunikation in Kopf die mentale Kommunikation ohne schlecht aber kann ja auch sein alles was mit Schwert zu tun hatte alles mit Wörtern Kommunikation Vision Ideen die man ausgeführt hat waren absolute Scheiße und stecken fest und dieser Mensch zu diesem könnte man sagen ja Pech du steckst fest ja du steckst fest eigentlich könnte man sagen dieser Mensch ist raus gegangen du konntest dich befreien dein Schwert war draußen obwohl es den Anschein anders machte und jetzt steckt es hier in dieser Verbindung einfach so schwer fest dass sich dein Gegenüber wahrscheinlich fragt oh wundert euch nicht ich hab hier Wundheilung dass sich dein Gegenüber fragt oder die Frage stellt was war es denn wert denn jetzt wird es unangenehm für diesen Menschen jetzt wird es unangenehm die ganzen Offenbarungen die hochfliegen das Schmerz das wird unangenehm peinlich hochziehen man hat sich selbst was vorgemacht das wird unangenehm wird nicht schön bei deine Türen sind er jetzt zu du bist der Mensch mit dem man hätte vorwärts laufen können dein Weg war offen deine Welt war da und jetzt wird einem bewusst nur mit dir war es eigentlich möglich ja Puste gucken die Engel Botschaft ist es nötig nein also ich sage für euch ist es nötig das entscheidet ihr natürlich ja das habt ihr in der Hand und das ist auch euer Prozess selbst wenn ihr hier wieder einknickt und sagt ja wir probieren es nochmal das ist euer Prozess den ihr lernen müsst den ihr für euch beantworten müsst ist es nötig kann die Karte nicht machen ja aber vom Zustand her wenn ihr hier schon soweit seid würdet ihr eh sagen nein weil die Welt ist ja dicht die ist zu das Spielbrett ist nicht mehr deins das wird ein großes Abenteuer werden und darauf lässt du dich ja mit Page der Kälte hier schon ein du wirst da deine Tür verschließen du drehst ja hier wirklich komplett die Zufuhr ab weil du dir bewusst wirst nee also bei aller Liebe du bist der König der Schwerter gewesen und du richtest dein Augenmerk wirklich auf andere Dinge weil du von dir aus überzeugt bist du hältst ja diese von dir aus kommt ja deine Abenteuer Lust man sucht ja immer wieder nach Stäbe man sucht ja immer wieder diese Lebenslust bei dir und du weißt wenn du dir eins vornimmst und wirklich stark bleibst dann bist du abenteuer bereit aber nicht mehr für diesen Menschen ja weil nur durch dich war vielleicht auch das Abenteuer möglich vielleicht auch so ein bisschen mit der Tücke vielleicht möchtest du ja doch mehr als nur Abenteuer vielleicht auch da noch mal reingehen für dich selbst vielleicht war es ja genau das vielleicht möchtest du ja einfach auch mehr als nur Abenteuer das was als Abenteuer anfing sollte für dich vielleicht auch einen Mehrwert haben und du bist jetzt auch hier in deiner Überlegung zu sehen ja das wusste ich ja vorher nicht dass das so fest wird diese Verbindung könnte auch dein Prozess gewesen sein also auch mit diesem Abenteuer was willst du willst du eine feste Liebe oder suchst wir haben hier die watchen ding achso die druade ey sorry da hört es ja bei mir auf das kann ich euch nicht sagen wer ist es was ist es die druade wo ist mein Buch wo ist mein Buch ich muss lernen ach hier die druade ich stelle euch diese Dame oder Göttin oder Kraft oder Phönix oder Druade hört sich irgendwie so zahlenmäßig an wie so ne das lustige ist sonst suche ich hier ewig und da ist so tata die druade element erde ok bodenhaftung nicht verlieren das ist ne mystische kreatur sie präsentiert das element erde diese steht für die uralten tradition und rituale die fähigkeit im einklang mit der natur und den tieren zu leben und für eine gute erdung ein starkes erdelement hilft dir in herausfordernden situationen gelassenheit auszustrahlen eine situation realistisch zu sehen den status quo anzunehmen und praktische lösungen zu finden es steht für loyalität hingabe durchhalte vermögen klare strukturen disziplin für die fähigkeit sich durchzusetzen und widerstandsfähig zu sein denkt dran ihr habt ja wirklich gesagt warte nicht mehr auf mich don't wait for me please das ist vielleicht auch wirklich komplett eine ansage mit dieser druidenkraft oder energie so die botschaft davon lass deine verbindung zur erde dir stets liebe urvertrauen geborgenheit und ein gefühl der verbundenheit mit allem lebendigen schenken suche suche nach aktivitäten die dich erden konzentriere dich auf das was dich und die menschen die dir von ganzem herzen nähe die dir am ganzen herzen liegen nähern und erfüllen überlege was du innerlich und äußerlich loslassen kannst um zu reinigen und Klarheit zu finden ja das hast du ja auch gemacht bitte warte nicht auf mich weil die Tür ist zu von dir gibt es keine Stab- oder Feuerenergie mehr du erdest dich hier und mit diesem Mondbitz will sie dich auch nicht abgeben so in der Lichtseite bedeutet es Naturverbundenheit Erdung Urvertrauen Ruhe Materielle Werte Loyalität Reinigung oder alle Erdzeichen kann er natürlich auch mit Verbundenheit Erde Tradition Lebenskraft Fruchtbarkeit Routine Ehrlichkeit Disziplin Struktur und Schutz die Schatten das ist auch erdig ich sag's euch Sturheit Unflexibel Unfähigkeit Zutrauern Nichtgeheilte Wurzeln Schwierigkeiten im Umgang mit dem Körper Begrenzte Ängste Stillstand Tschüss ich bin weg ihr Lieben macht's gut vergesst nicht die Erdung nur falls es wichtig war und ja habt ein schönes Wochenende es steht bevor wenn es hier was für euch war werdet ihr euch hier wiedergefunden haben wenn nicht dann vielleicht in der Allgemeinbotschaft später macht euch hier keine Gedanken kümmert euch um euch kümmert euch um euch und bleibt schön gesund danke für die Klicks für die Abos Kommentare Likes Werbung akzeptieren bis bald ciao ihr Lieben ein ein